Ich stille. Soll ich mich impfen lassen? Auch da sind die verschiedensten Fachgesellschaften sich einig, dass man auch während des Stillens sich impfen lassen kann. Zumindest sind die Vorteile des Stillens viel, viel höher als die eventuellen Nachteile der Impfung. Derzeit gibt es keine bewiesenen und nachgewiesenen Nachteile durch die Impfung, sodass man sich wirklich impfen lassen darf und sollte auch während des Stillens.